Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid und Lust habt, noch mehr über die Serviceangebote der ROW zu erfahren. Im letzten Film ging es um die Kundenberater. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch gerne noch mal bei YouTube an. Dieses Mal geht es um den Besamungsservice. Gutes Thema. Ich überlege aktuell, mich von meinem Deckbullen zu trennen. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Mit der Umstellung auf die künstliche Besamung eröffnen sich für dich viele neue Möglichkeiten. Besonders die tägliche Unterstützung durch unsere routinierten und qualifizierten Tierzuchttechniker hast du enorm viele Vorteile. Ich bin noch etwas skeptisch. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Input. Marc ist einer unserer speziell ausgebildeten Tierzuchttechniker. Er ist 365 Tage im Jahr auf den Betrieben im Einsatz. Gerne auch für dich. Entscheidest du dich für unseren Besamungsservice, musst du nur deine zu besamenen Tiere fixieren. Selbstständig und zuverlässig und mit der nötigen Sorgfalt erledigen wir unsere Aufgaben. Dabei achten wir natürlich auf die vorhandenen Hygienevorschriften auf unseren Betrieben. Durch uns erhältst du auch Zugriff auf unser umfangreiches Pool an qualitativ hochwertigen Bullensperma. Fassend für jede deiner Kühe und deiner Jungrinder. Seid ihr auch meine Ansprechpartner, wenn ich will, dass meine Kühe selbst besamt werden? Ja, für unsere Eigenbestandsbesamer bieten wir einen gezielten Service an. Nach erfolgreicher Teilnahme am Lehrgang versorgen dich unsere Betreuer regelmäßig mit dem gewünschten Bullensperma und allen Materialien, die du sonst noch brauchst. Sie kommen also direkt zu dir auf den Hof. Das finden unsere Betriebe super, weil es ein direkter und vertrauensvoller Kontakt ist, auf den man sich verlassen kann. Nach der Besamung ist vor der Kalbung. Dazwischen liegen neun Monate, in denen wir euch weitere Serviceleistungen anbieten. Darum geht's in dem nächsten Film. Bis zum nächsten Film.